Durch einen 2-0-Sieg in Wallenborn hat sich die SG Buchholz-Manderscheidt-Hassborn am letzten Spieltag noch die Klasse in der Bezirksliga gesichert. Torwart Tobias Schmitz, woran hat es gelegen? Ihr habt eine unheimlich starke letzte Runde hingelegt. Was war entscheidend für den Klassenerhalt? Der Trainer hat uns nochmal klargemacht, dass wir alle in der Mannschaft kicken können. Das haben wir versucht, von Spiel zu Spiel zu verbessern und hat letztendlich zum Erfolg geführt. Und was steht jetzt heute Abend noch an? Klassenerhaltsparty? Ja, ich denke schon. Wir werden uns heute Abend krachen lassen. Okay, dann viel Spaß dabei und danke.